Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit euren Trainer aufs Leidenschaft Mike Stolzenberger. Ja, hier die zweite Variante der spaßigen Regenerationsübungen, wo die Jungs ihre technischen Fähigkeiten zeigen. Diesmal nicht alleine den Ball hochhalten und ihn in den Eimer boxieren, sondern als Team, zu dritt in diesem Falle, jeweils immer wieder mit Kontakten zusammen den Ball hochzuhalten und ihn dann in den Eimer zu bekommen. Das fördert sich den absoluten Zusammenhalt. Die Jungs haben Spaß an der Sache und natürlich, wie ihr seht, auch wieder im Wettbewerb und das kommt sehr, sehr gut an. Ja, schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal. Dein Trainer aufs Leidenschaft Mike Stolzenberger.